So Leute, einen letzten Part mache ich diese Session noch oder vielleicht auch noch mehr, weiß ich nicht. Im Moment macht mir das Spiel extrem viel Spaß. Wir retten heute Aurora auf jeden Fall. Wer auch immer Aurora ist, ist es wahrscheinlich wieder nur 600 Meter unter Tage. Yeah! Oh, ich hatte da was. Ah, der ist da auch schlimm ist, okay. Dreckiger Sack. Okay, er hilft ihm. Oh, was? Ich dachte, er hält mich fest. Wow, 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 wow. Ja, okay. Okay, das war gar nicht so einfach, wie es aussah. Weil es auch überhaupt nicht einfach aussagt, glaube ich. Die haben wir nicht die 300 vollbekommen, leider. Das heißt, wir müssen direkt nochmal hier rein. Aber es ist ein sehr schnelles Level. Nioh. So, wir retten Aurora, bitte. String, String. Ach, noch eine Schwester von ihr. Von Barbara. Diese Kriegsprinzess, er musste mit ansehen, wie ihr Reich von fiesen Kröten überfallen wurde. Damals schwor sie, ihr Land von ihrer Plage zu befreien. Ja, cool. So, wir gehen nochmal ins Level. Es gibt sehr wenig Rayman Skins, fällt mir gerade auf hier. Also, das ist schon... Hm, Drecksack. Okay, das war in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, sehr gut. So, jetzt halt mich verflixt nochmal fest. Ja, hätte besser sein können, aber egal. Ja, genau, okay, okay, okay. Das war nicht so schlau. Mist. Okay, 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 okay. Äh. Alter, ich werde einfach reingeschmissen. Okay, man muss auf jeden Fall... Kann ich nochmal sterben, bitte? Warum bin ich denn so langsam dafür? Jetzt habe ich dich. Okay. Ah, ja, okay, 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 okay. Yo, passt. Nice. Damit müssen wir bei 310 oder sowas sein fast. Aber 304? 320 sogar. Also. Easy, pop easy. Lemon, squeezy. Das lebt wieder reibungslos und wirklich ein schnelles Level, ne? Also, gefällt mir sehr gut. Mal auch so ein schnelles Level zwischendurch, so, ne? Stup. 100%. Also, wir haben hier ein rubbellos. Das nehmen wir direkt mit, komm. Dann können wir uns direkt schon mal vor... Oh, oh, und wieder ein Kuscheltier. Und was bekommen wir schönes? Ein Bobos. Gucken wir uns am Ende an. Ach, wunderschön. So, damit kommen wir... Was ist eigentlich das Schwerste hier? Orchestrer Chaos. Oh, ist das wieder so ein Musiklevel? Das wäre richtig cool. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Schloss in den Wolken. Klingt gut. Yeah, klingt gut, sag ich ja. Ach so, die hauen ab. Ja, schüss. Die hauen doch nicht ab. Ja, das Problem ist mit dem Fallen. Das ist gar nicht so einfach. Ach so, die lösen sich... Das hat sich... Die lösen sich ja tatsächlich auf. Das ist niemals der Erste, oder? Das ist der Erste, okay. Aber das hier nehmen wir noch mit. Gucken, was hier ist. Ah, okay, okay. Okay, Leute. Es sieht fast so aus, als wenn ich wüsste, wo die Sachen sind. Aber das ist natürlich nicht so. Also bitte nichts Falsches von mir denken. So, von wegen, oh, der cheatet ja. Ich suche einfach nur gründlich. Ich suche einfach nur gründlich. Aber ihr kennt mich ja auch. Also rein theoretisch müsste ich das jetzt nicht mal gesagt haben. Aber... Nicht, dass ihr denkt so, ne, von wegen... Die 100% sind gar nicht tatsächlich erwirtschaftet. Der ist einfach nur ein scheiß Cheetah. Aber bin ich nicht. Ich bin ein guter Cheetah. Okay, okay. Hier ging es aber nicht höher. Hehe. Yo, sehr gut. Okay, hier unten drunter ist noch was. Oh, hier nochmal. Sieht aber nicht da noch aus. Oh, yo. Danke. Okay, da oben ist noch ein Pilz. Dann gehen wir das zuerst holen. Also diese Furzpilze kriegen auch immer ein bisschen was, deswegen. Ja. Da sagst du was. Ist hier unten noch was? Nee. Dann halt nicht. Okay. Ah, oh, noch dran gekommen. Aber auch... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier noch mehr ist als das, aber okay. Hallo, hallo, hallo. Danke. Okay, was war das? Nee, aber hier ist sonst nichts. Okay. Also nicht schon wieder Lust, damit wegzufliegen. Ah, hey. Alles klar, Kumpel. Wohin? Ah! Ich fliege einfach weg. Okay. Okay, okay, okay. Ja, okay. Dann ist jetzt egal. Ich bin auch so viele wie geht. Bevor sie abhauen. Danke. Komm, komm, komm. Was ist eigentlich mit ihm hier? Ist hier was? Nö. Wollte schon gesagt haben. Viel zu fett. Oh, da hinten. Im Hintergrund wird einer verprügelt. Wie komme ich denn da dran? Ah! Oh, Mann. Ich dachte, hier wäre Wind. Aber hier war gar kein Wind. Da wollte ich noch nicht hin. Aber egal. Wo soll ich sagen? Im Hintergrund wird einer verprügelt. Wie soll man hier hoch... Ach so, warte. So und dann so. 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 Das war ein bisschen knapper als gedacht. Aber egal. Schiffi. Hä? Aber wo? Hier oben? Ah, okay. Moment mal. Ich habe keinen, der nicht kitzelt. Naja. Dann einfach die Hauruck-Methode, ne? Na, jetzt. Danke. Sieht einsam aus hier oben. Er wird einfach auch zu fliegen, so. Okay. 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 Ja, wuhu. The fuck? Was muss ich machen? Einfach warten? Wahrscheinlich einfach nur nicht sterben, ne? Kommt er noch mal wieder oder war es das jetzt? Ja, ist ja nett. Tja, war ja easy. Ich hatte, er kommt einfach wieder hochgeflogen. Nö. Not this time. Ja. Ja, bitte los. Okay. Oh, jo. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon runter wollte, tatsächlich. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, passt. Okay, jetzt muss ich hier auf jeden Fall höher. Aber hier komme ich ja bestimmt auch irgendwie hoch. Ja, okay. Ich weiß nicht, was das sollte, aber... Ist hier irgendwas? Nee, oder? Ja. 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 Oh nein, okay. Ach so, doch. Warte. Habe ich dich. Nein. Oh, mir fehlt ein bisschen an Moos. Ach, schade. Genau 16. Ach, ja. Schade. Nee, gar nicht. 11. 11 fehlen mir tatsächlich. Mist. Tja, da müssen wir leider nochmal rein. Yahoo! Dum, 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 dum. Ja, nee, also. Tja, das tut mir furchtbar leid, Leute, aber wir müssen ja nochmal... Wir haben keine Goldmedaille und ohne Goldmedaille gehe ich hin und aus. Ey, Mist. Yahoo! Oh, leh! Ole! Ja, das sind die 11, die mir fast gefehlt haben. Fast. Ja, geht doch. Her mit ihm. Ach, Mist. Egal. Okay, ich hole mir da hinten den Pilz einfach nur zur Sicherheit. Nicht, dass mir das nachher dann tatsächlich doch wieder das Genick bricht. Das sind zwar nur 4 oder so, aber... Sicher ist sicher. Mhm, 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 mhm. nice combo ok genau hier unten ist ja dann fliegt das war ja nicht nett aber okay ich glaube ich habe die königin vergessen ich glaube die bringt eh nicht so viele punkte 49 ist in ordnung und ok und das noch holen ja ok 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 läuft gut war hier noch irgendwas ach so ja ich hole lieber noch mal den könig der gibt ja auch noch mal ein paar punkte ja klar wo fliegst du denn in aller wie sie wie unfair war das denn hat er sich gebracht ich trottel 506 ich glaube ich bin wieder zu wenig unterwegs oder ich muss sie schon irgendwie noch mit besiegen sonst wird es zu knapp ja jeder bringt fünf aber ich weiß nicht ob ich das ausgleichen kann also ich kann ja einfach doch das musste gehen aber ich glaube ich habe zu wenig ja habe ich extra nicht bekommen ja ich habe auf jeden fall zu wenig ja wenn ich so so anfange sowieso also ich muss auch ein gewisses speed an tag legen naja 506 aber ich glaube damit habe ich es nicht auch bin ich ein dämlack aller euch hat er war schon der boden gewesen ja ich dachte er wäre schon der boden gewesen aber ich wollte so richtig cool ach alter kommt schon auch kommt schon leute da kann ich sein ernst sein moment ist das wichtig ist nein sequenz starten so jetzt aber mal hier mit konzentration so 10 ich hole jetzt auch hier nochmal den könig weiß ich ob das jetzt so schlau war aber ich muss auf jeden fall einen augenblick länger warten damit die mit dem lilanden anfangen weil sonst geben wir einfach mal ja fünf verloren ja okay so kriegst du es noch hin ohne probleme ja sind 65 am anfang vom level ja hoffentlich ist das besser okay ich gebe mir den hier der eine war wichtig egal alles wohl einfach dann sollte es schon irgendwie gehen das war locker ja genau hier muss ich jetzt schnell raus bevor er mich bei erbaut ja okay 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 ja das läuft doch prima das läuft doch sehr gut 360 hier das glaube ich schon mal ganz stück besser als eben ja okay kann man auch mal machen bringt das eigentlich mehr desto länger ich hier in der gegend bleibe don't go on my nerves riese gott noch mal den king befreien das war nicht so schlau aber egal das war überhaupt gar nicht so schlau aber egal wir sind cool so jetzt aber kommen 500 schon hier das müsste eigentlich das müsste passen oder diesmal müsste es tatsächlich passen oh gott da hat er mich einfach getrollt also ich bin 50 hier und wir bekommen auf jeden fall noch mal 20 oder so ganz am ende ich will wasser ja das müsste passen das sieht auf jeden fall schon mal besser aus als eben so und zwar müssten wir jetzt noch hier genau wir müssen richtig spielen noch ein bisschen bekommen ja so sieht das doch nice aus 56 mehr als ich brauchte aber wenn dann ziehen wir richtig durch hier also richtig ziehen wir hier durch haben wir dem spiel erst mal gezeigt wer hier der boss ist ja ne wo der hammer hängt hier easy pop easy lemon squeeze wir haben nur ein level geschafft in 25 minuten fällt mir gerade auf ach ne wir haben ja auch noch vorher das hier geschafft ne also ne wir haben ja jetzt doch schon zwei level geschafft das passt ok leute da würde ich sagen danke fürs zu sehen wir gucken uns jetzt noch ganz kurz das letzte los an was wir bekommen haben ich hoffe jetzt nochmal back to origins back to origins und da bekommen wir hinder ne wir gucken uns erst an was wir für ein kuscheltier bekommen haben au ja ein auge toll bring uns jeden tag zwei davon ein hui so und dann gehen wir nochmal rasende bedienung äh ne da wollte ich nicht hin nein da wollte ich nicht hin rasende bedienung das ist jetzt hier oh ach das ist direkt das ganze land ach so wir brauchen also fünf mal damit wir überhaupt die level aufbekommen und dann können wir einfach in dem level sozusagen die level selber freispielen ok dann ist es in ordnung ich dachte wir müssen in jedem level halt alles hier mit glücksdingern freischalten das wäre natürlich richtig mies gewesen zwei vier sechs acht mal alleine hier drin ist schon ne aber ne das ist doch auch vor das wollte ich nicht das wollte ich nicht äh machen wir doch instant mal äh level verlassen das erste mal dass wir das machen oh erfolg freigeschaltet feigling nein war spaß so damit haben wir schon 117 von den kleinen viechern boah wir sind richtig gut unterwegs ich finde es so geil dass es so ein schön langes projekt wird leute ihr könnt euch das gar nicht vorstellen das macht mal wieder richtig spaß sich so in eine steuerung einzugewöhnen halt tatsächlich dann dran also ne einzuspielen und äh die einfach zu perfektionieren halt das macht richtig spaß mach ich laune was mit dir hier ich kann oh toll dacke aber wir können natürlich jetzt schon fast jedes level bis auf das letzte ist einfach krass so leute dann würde ich weiß immer noch nicht wie man diese statue bekommt ne aber wie spürt man da irgendwann nochmal was frei was man dann doch noch machen muss na ich weiß das nicht leute aber auf jeden fall haben wir schon ein ganzes volk von den viechern befreit 117 das ist eine kleine stadt äh eher ein dorf ne eher so ein kuhkopf aber ihr wisst schon was ich meine hau da rein danke fürs zusehen und tschohos lasst